Hallo, Hallöchen, ihr Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Part von Max the Curse of Brotherhood. Ja, im letzten Part sind wir hier an dieser Stelle stehen geblieben, da ich mich dann doch einfach etwas zu doof angestellt habe. Ich hoffe nur, wir kriegen es jetzt hin. Ich bin gespannt, wir werden sehen. Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Wäre ja auch zu schön gewesen. Komm schon rüber da. Bums. Gut, und wir sind direkt hier drüben, da ist das nicht herrlich. Oh nein. Leute, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jetzt muss ich das hier nochmal machen. Ich kriege eine Krise. Gut. Aber jetzt wissen wir ja, wie es geht. Achso, ja. So fängt es schon mal an. Nein. So, daran und du daran. Ich weiß, ich lasse dann jetzt das Auge da hinten zurück, aber das ist hoffentlich nicht weiter tragisch. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. So, dann mal rüber. Ey, der hat meinen Ast kaputt gemacht, die dumme Sau. Das gibt es ja wohl nicht. Du A-Loch. Müssen wir schnell sein. Scheiße. Gut, dann muss er doch erst da rüber, der Ast. Ach, Mann. Dann kriege ich ihn da wieder nicht runter, ne? Ach, Mann. So. Und so. Ob der dann auch oben landet, ich weiß es jetzt nicht. Werden wir sehen. Ja, haut hin. Ist okay. Damit kann ich durchaus leben. Komm schon. Hat's geklappt? Nein, hat's natürlich nicht. Na, dann gehen wir noch hinterher. So. Und dann. Dieses Mal ohne da reinzukommen. Ach, und jetzt muss ich den Ast zerstören, oder was? Ich verstehe. Okay, alles klar. Soweit, so gut. So, haben wir den Schergen da oben. Und den Klotz hier runter. Okay. Weiter. Und wieder so schöne, stabile... Ah, was? Ach so. Äh. Äh. Verdammt. Ich habe gerade irgendwie eine Nachricht gekriegt bei Steam. Du bist jetzt aber nicht die gleiche Jaria wie von YouTube oder so. Das hat mich etwas... Verdammt. Irritiert gerade. So. Ah, 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 ah. Was? Was? Wo? Ach, da unten. Wo bin ich denn? Ich sehe mich gar nicht. Ach, da. Oh mein Gott. Ist das Action-Reihe hier. Ah, wie soll ich denn? Ah, okay. Okay. Und jetzt? Kann ich... Ich kann hier noch nicht hochklettern, oder? Doch, doch. Okay, es geht. Gut. Na nun. Ah, was ist das denn hier? Aha. Und nun? Soll ich bitte... Ach so. Hier ist ein Hebel. Gut. Na dann schalten wir die Ströme ein. Wozu soll die Jahren gut sein können? Ist doch herzallerliebst, oder? Wups. Okay. Okay, also wir müssen hier irgendwie hochkommen. Wie weit kann ich das... Naja, hält sich ja in schönen Grenzen. Nee, so wollte ich das nicht. So, abschneiden. Dann machen wir das so. Komm her! Oh, diese blöde Liane. Okay, dann noch einmal. Also komme ich da ja dann da nicht hochgeklettert, ne? Also... So. Und so. Und so. Und jetzt rein. Hopp! Ja! Hahaha! So. Mal wieder ein Glubschauge, glaube, dass wir mitnehmen können. So. Und dann müssen wir von hier irgendwie weiter. Okay. Aber da die Liane da nicht ausreichen wird, werde ich mir hier so eine Art Leiter hinbauen müssen. ab! Oh, Max! Du kleine, doofe Pottsau. Ehrlich, ne? Das hat der doch mit Absicht gemacht. So, Moment. Nee. Nein, jetzt bin ich nicht... Wow, puh. Komm schon. Gut. Okay, dann hoch. Oh. Okay. Okay. So, hier hatten wir eine Liane. Ich hoffe, nur Max hält sich dann da dran auch fest. Okay. Oh Gott. Komm schon, Max. Das schaffst du. Lass die Liane los. Oh nein! Jetzt habe ich das Wasser gelöscht. Nein! Leute! So. Nur die Liane löschen. Nein. Nein! Das gibt's nicht, ne? Ich will die Liane gelöscht haben, Mensch. Das jetzt ausreicht, weiß ich nicht. Nein, natürlich nicht. War ja klar. Ach, verfluchter Bobmist. Los, in das andere Wasser rein. Oh, gut. So. Okay. Oh nein! Ach man, Leute. Das wisst ihr... So. Ich mache das jetzt anders. Ich nehme jetzt einfach diese blöde Liane nicht. Aber ich muss die nehmen, ne? Das kann ich, glaube ich, nicht weiterzeichnen, oder? Ah, mein Gott. Doch, also ohne Liane ist es wesentlich einfacher. Da ist ein Scherge mit seinen Böhmchen. Wieder mal. Na, ist das nicht herrlich? So, dann doch schnell hoch hier. So, okay. Hm, die Frage ist jetzt dann natürlich auch nur wieder, wo genau muss ich hin? Äh, äh, scheiße! Okay, los, hoch. Probieren wir es nochmal. Da hängt noch ein Auge. Das würde ich eigentlich echt gerne noch mitnehmen, wenn ich das mal so sagen darf. So, dann schwingen! 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 Oh, ich bin nicht rangekommen. Ach, wie blöd ist das denn bitte? Hm, na gut, dann lassen wir das blöde Auge eben dort. Ist auch nicht weiter schlimm. So. Aua! Ach, scheiße! Okay. Äh, lösch, lösch! Puh! So, wo soll ich jetzt genau hin? Nach oben? Oder zu ihm rüber? Oder? Ah, doch, ich muss da rüber. Ah, wartet mal. Haha. Nee, das war blöd. He, hee. Dumm, Dödel. Gut. Na, lass, los, Max. Okay, gut. Dann hoch hier. Und da haben wir wieder einen Hebel. Und wir müssen wieder verbinden. Okay. Nach da unten. Gut. Dann haben wir hier auch wieder einen Hebel. Na, dann los, rauf da. Na, dann los, rauf da. Ach, schon wieder überall Lava, ne? Yippie. So, ich muss dann da auf jeden Fall hoch an die Leiter. Oh nein! Ich dachte, die Brücke geht noch ein Stück weiter. Das sieht so ein bisschen danach aus. Ach, Mino. Oh. So, okay. Good luck. Be careful up there. Kapitel 7. Mustacho. Don't worry, Felix. We're going home soon. Help! Help! Ach, du bist Liebesbisschen. Oh, God. Ach, du Kacke, ey. Das ist ja jetzt wohl nicht wahr, oder? Mein lieber, kleiner, süßer Bruder. Es ist klar, ich muss ihn irgendwie abschießen. Aber ich weiß ja noch nicht so richtig, wie genau ich das machen soll, ne? Haha. Tut mir leid, Felix. Gottchen, ey. Nein, 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 nein. Muss ich in den Mund da reinschießen, oder was? Oder wie? Oder, äh? Lass mich in Ruhe. Piepst wohl. Lass mich in Ruhe. Aua. Scheiße. Was genau muss ich machen? Das weiß ich halt noch nicht, ne? Ja. Okay, dann jetzt so. Oh, du Arsch! Da, ich bin. Oh, du Arsch! Ich bin. Ich bin.